In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Ich sollte mich überlegen, dass ich mich überlegen, dass ich mich überlegen, dass ich mich überlegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse... In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, es ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Ich wünschte, wir könnten alle... Und viel Spaß mit dem Papierkram bei der Verwaltung. Irgendwas in diesem Eintopf hat mich angestarrt. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ich... Ich bin neuerdings auch müde. Ich warte nur, bis die rote Jenny an mein Fenster klopft. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich als... Die Schwermut hat die Stadt am Hals gepackt. Und der Baron drückt mich so. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich schargnte, aber... Ich br sage sie. Ich schrere weg... Ich erkenne diese Straßen nicht wieder. Schön waren die nie. Du hast recht. Ich wollte immer in dieser Stadt sperren. Aber doch nicht so. Du hast dieser Stadt gewartet. Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt? Die anregenden Gespräche? Keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er? Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's hier wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, äh, sei nicht zu sehr, du weißt schon, du. Wir brauchen das. Ah, besser. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe. Ja. Dann habt ihr jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Der Baron zieht fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich misch mich nicht in Politik ein. Ah, ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Was ist passiert? Eine Hohenmark. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und raus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen. Ein Politiker, der stehlen lässt. Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache stehlt. Ich hole euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werd's mir merken. Das Haus der Blüten. Ich war nie dort. Im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Für meinen Geschmack nicht. Ich seh noch dein Gesicht. Der Flüten. Guck, weil sie und die Stadt verstachtet werden. Und? Was hast du gesagt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020